Hallo, hier wieder eine neue Ausgabe des Ein-Minuten-Stars. Heute mit jemandem, den viele von euch schon als Kind gehört haben, als Erzähler. Und zwar unter anderem mit Hanni und Nanni. Und die fünf Freunde. Die fünf Freunde, genau. Wen hast du denn sonst noch gesprochen? Du warst ja auch viele Hollywood-Stars, hast du ja gesprochen. Ja, Stanley Tucci, Horatio Kane, dann Rowan Atkinson, Mr. Bean. Zurück in die Zukunft, Christopher Lloyd. Und ich glaube auch El Peccino in der Pate warst du. Ja, El Peccino in der Pate, das hat dann Frank Laubrecht weitergesprochen. Aber am Anfang war ich das, ja. Ja, super, du hast sehr viel gemacht. Gut, dann vielen Dank, dass du bei mir warst. Und wir sehen uns wieder morgen bei der Ein-Minuten-Star. Tschüss. Tschüss.